Hallo Freunde, Pumping Ercan hier. Heute ist der Johannes-Lukas-Besuch in München. Er wird mit mir ein paar Sachen durchgehen. Ich bin gerade beim Schuh anziehen noch. Wir nehmen einfach auf, was für Trainingssysteme er anwendet und wie ich damit klarkomme. Wir werden uns gleich oben ziehen. So, welche Muskeln willst du denn trainieren? Auf jeden Fall Brust. Wie machst du Brust? Einfach hinlegen und drücken. Also Drückübungen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir lassen uns mal heute Schrägbank und Langhantel anfangen. Dann machen wir ein bisschen Kurzhandeln und dann klassisch Grabezüch hinterher. Und dann gucken wir vielleicht nochmal... Okay, dann fangen wir Schrägbank hier, oder? Ja, aber ich muss erst ein bisschen Gymnastik machen. Ich bin ja ein bisschen... Gymnastik? Gymnastik. Ja, ja. Mach mal deinen Gymnastik. Ja, ja. Aber nicht lachen. Da ist ein bisschen Lachen. Okay. Wir haben mal ein bisschen auf, okay? Ja, ja. Kaum ein Satz gemacht, liegt der schon am Boden. Das sind die neuen Generationen. Ja, das ist toll. Wie viel Wiederholung strebst du jetzt an? Ich habe sechs gemacht. Ja, gehst du noch höher? Nee, ich mach nicht mehr. Ich glaube, ich gehe hier. Du machst zehner, glaub ich? Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich spannend, wie hier zwei völlig verschiedene Stile aufeinandertreffen, ne? Ja, du hast mehr Explosion drauf, aber ist eigentlich nicht viel Unterschied, oder? Du machst halt viel schwerer. Ja, ich versuche, ich arbeite dynamischer. Du arbeitest langsam, gleichmäßig, prozessierst dich tatsächlich auf die Muskulatur, nimmst das Gewicht nur als Werkzeug einfach. Genau, ich liebe die Kontrolle über den Muskel zu haben. Wenn die Gewichte irgendwann die Kontrolle übernehmen, dann habe ich verloren. Das war falsch gemacht, ja. Da geht noch was. Schön dauernd, gleichmäßig. Schön kontrolliert. Schub. Da geht noch was. Schub. 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 Wenn ich sechs Stück locker schaffe, dann muss ich noch höher gehen. Okay. Eins, zwei, zwei, drei, drei. Push. Jawohl. Zwei, jetzt geht's los. Zwei, jawohl. Zwei, jawohl. Wenn du schon zwei Arbeiten gemacht hast, habe ich erst den ersten richtig gemacht. Und wie viel machst du in der Regel? Drei oder vier? Arbeitssätze? Zwei bis drei. Zwei bis drei. Dann hast du mindestens noch eins. Können wir noch eins dazu kommen. Genau. Dann machen wir eins nochmal mit Feuer. Das reicht, Alex. Das ist ja fast Doreen Leeds-System, oder? Er hat immer gesagt, er macht nur einen Satz. Aber bis er auf 160 war, hat er 14 Sätze gemacht. Ja, gut. Die stehen jetzt nicht. Das sind keine richtige Sätze. Ja, wirklich. Ich habe seinen Film angeschaut. Wo macht er denn einen Satz? 100 hat er gedrückt, 120 hat er gedrückt, 140 hat er gedrückt. 160 zählt er. Okay. Dann mache ich auch einen Satz. Und das ist die letzte, wo ich nicht mehr kann. Den ersten. Den ersten. Den ersten. Kontrolle bis nach oben. Noch eins hier. Spannungsmal nichts. Spannungsmal nichts da. Spannungsmal. 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 Sack. Eins. Und hin. Zwei. Quooh. Dritter, komm. Komm, gib Gast. Zack, zack, zack. Komm, 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 komm. War doch schwerer als ich erhoffe. So, jetzt gib mir eine Prognose ab. Was denkst du? Wie viele werden es? Wie viele werden es wiederholen? Wie steht es denn, über 10. Spannungsmal richtig? Also, ich denke jetzt 13 bis 14 Mikrofon. Okay, ich denke jetzt wird es, wenn es 13 mehr noch nicht gut ist. Gott, vielleicht nicht. Das ist jahrelang Training, Freunde, auch nicht nur sich selber, sondern die anderen trainieren. Das schafft Erkenntnisse, wo man die Stärke denjenigen gut einschätzen kann. Okay, wir haben jetzt die nächste Übung. Der Asche ist schon kalt, der hat einen Satz ausgelassen. Kurzhandel jetzt, jetzt kommt deine Disziplin. Schräg oder flach? Schräg haben wir einmal gemacht. Okay, dann machen wir Flach-Bahn und Schräg-Bahn. Okay. Das ist zu leicht. Ja. Ja, es ist auch rein. Dann nehmen wir Flach-Bahn und Schräg. Wie geht es? Schräg. Wir liegen drauf. Ja. Schräg. 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 Es war mir ein wenig concentrate. Okay. 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 Ohne Hilfe, ohne Hilfe, ohne Hilfe. Super! 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 Komm! 18 Pflicht! Und wenn man in dem schlechten Licht, in dem Scheisspiegel, in der Wettkampfvorbereitung gut aussah, dann wusste man, man ist wirklich brutal. Mach mir Kabelzug. Beste Übung. Ich mach das, was du sagst. Welche Übung machst du am besten für Isolationsübungen? Also ich hab einen Butterfly, der sehr gut läuft. Da musst du auf Gleichgewicht und Isolationsübungen nicht achten. Aber ich zieh auch mal Kabelzug. Komm, klar. Übrigens, mach ich die sonst gar nicht so über Kreuz. Ich mach das eigentlich immer nur bis hier. Aber heute? Ich hab gedacht, wenn ich beim Erdstein im Studio bin, dann muss ich die richtige Oldschool machen. Ja, aber das mach ich auch nicht. Mach's auch nicht so gut. Ja. Also im Prinzip mach ich die lieber so wie ne Maus maskular. Ja. Wenn man nur Videos anschaut, Freunde von YouTubern, denkt man, dass man sehr sehr unterschiedliche Trainingsmethoden hat. Aber am Ende geht es um die Intensität. Und das ist, was ich festgestellt habe, fast bei allen gleich. Auch Johannes, auch wenn er längere Pausen macht, ist sein Trainingssystem doch ziemlich intensiv, dass einen das hernimmt. Also, nicht nur vielleicht kürzere Pausen und Volumen-Training, sondern auch vielleicht schwere Gewichte bewegen, wenn ihr das könnt und noch jung seid zum Beispiel. Ha! Boah! Weil du bist aktiver Weltkampfathlet, hast Titel gewonnen. Gerade auch als Junior, du hast ja schon dein Comeback gefeiert. Genau. Also ich hab Junioren-Wettmeisterschaft gewonnen, Senioren-Wettmeisterschaft bin ich Zweiter geworden. Kling-Handula. Genau. Eikuglug. Viele sagen so und so, aber er hat verdient gewonnen. Und ich sehe das auch nicht als Niederlage, sondern ich habe mich gegen Champions zur Verfügung gestellt und ich habe das beste Resultat nach elf Jahren Wettkampfbause erreicht. Mein Ziel ist, Johannes, im Leben bestehen. Wettkämpfe sind gut, alles okay, aber das größte Wettkampf ist das Lebenmeister. Schön, ne? Und ich möchte nicht nur Bodybuilder Ercan genannt werden, sondern Ercan der Bodybuilder. Oder einfach nur Ercan, weil du bist Ercan verdammt. Und wenn man das gekannt hat im Leben, dann ist Bodybuilding natürlich ein Hauptteil vom Leben, aber nicht alles. Deswegen werde ich viele Projekte noch machen durch YouTube, erreiche ich sehr viele Menschen, die Informationen brauchen. Ich muss sagen, ich habe in den letzten zwei Jahren so tolle Menschen kennengelernt, die die Möglichkeit nicht hatten, was ich hatte, die was wollten, nicht konnten, Motivationsprobleme hatten. Ja. Diese Sachen, diese Schicksale zu erfahren und denen einen kleinen Weg zu zeigen, ist für mich höher zu bewerten, wie eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Aber du hast das, ich glaube, man kann das mit einem Satz beschreiben. Der Ercan hat es auch im Punkt gebracht, ein größter Wettkampf ist das Leben. Und das ist so das Ding. Das ist die Challenge, man. Ja, finde ich auch. Gesund alt werden und irgendwann gesund sterben. Punkt. Ja, ich habe gelernt, dass Wettkampferfolg nicht mit Lebenserfolg zu tun hat. Nein. Umgekehrt auch nicht. Deswegen sollte man beides miteinander verbinden, aber Leben geht vor. Ich hoffe, ich habe dadurch ein paar Anregungen geschafft. Auf jeden Fall. Erst Leben und dann Hobbys oder was weiß ich was. Wünsche. Aber das hast du auch mal anders gesehen, oder? Ich habe es schon gesehen, aber es war nicht schlimm, Johannes. Nein, nein, nein. Ich habe, als ich jung war, habe ich gesagt, Vernunft darf niemals siegen. Schau mal, wie vernünftig ich war und jetzt sage ich, man muss vernünftig sein. Wie wenn alle Erwachsenen greift. So ist das. So ist das. Früher, dann ist später halt. Man lernt jeden Tag was Neues dazu. Wichtig ist, dass man die guten Dinge lernt. Das ist geil. Das Trägen ist wie ein Zeitraffer. Aber echt hier, du. Also interessant hier zuzuschauen, ne? So alt und jung. Ja. Für was wollte eigentlich Magnesium vorhin? Will er das essen, oder? Ja, der hat Krämpfe, glaube ich, und deswegen rutscht ihm die Hände weg. Für die Stimme runter, dass die Stimme höher wird. Dem rutschen die Hände weg, weil er Krämpfe bekommt. Dafür war das Magnesium. Ach so. Keine Ahnung, dummes Zeug reden können wir hier.